Ladies and Gentlemen, hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Let's Create Armor 3. Mein Name ist Martin, schön, dass du eingeschalten hast und ihr seht, es ist etwas anders, es ist eine andere Karte, was ist da passiert? Nun, ich habe mir im Urlaub Gedanken gemacht und das Problem ist, das Modset ist so extrem riesig, alles drum und dran. Deswegen, und ich habe ja auch, eigentlich wollte ich auch mal einen GM-Nachtest machen, ich weiß nicht, wie ich dazu komme und es gibt noch so viele Projekte und es sind auch noch ein paar andere Projekte offen, die ich so jetzt noch nicht sagen möchte. Aber ich möchte trotzdem dem GM-DLC natürlich zum Beispiel die Chance geben, weil ich den DLC mittlerweile echt super finde und vor allen Dingen möchte ich es euch einfacher machen und wenn ihr das mal guckt, wir können mal hier ganz kurz auf die Mods klicken und dann sehen wir, laden wir drei Mods und dafür braucht ihr eigentlich am effektiv am Ende gar keine Mod. Ziel ist es, eine Vanilla-Mission zu machen, wir haben zwar jetzt drei Mods geladen, aber einfach um so ein bisschen mitzudenken, wenn ihr Enhanced Movement und sowas mitladet, das heißt wir haben nur einen Eden Enhanced jetzt drin und ansonsten laden wir bei den DLCs nur den GM-DLC mit und das hat einfach den Vorteil, dass ich die Mission dann auch im Workshop veröffentlichen kann und wir machen, es war immer so diese Sache, mache ich eine Zwei-Spieler-Mission, mache ich eine Vier-Spieler-Mission und nein, wir machen jetzt eine Singleplayer-Mission, habe ich einfach entschieden, so eine kleine Kampagne. Ihr seht, ich habe es oben schon Mission 1 genannt und ich glaube einfach, wir machen lieber kürzere Missionen und kriegen die auch fertig, anstatt wenn wir das so überschwänglich machen, ja, also wenn wir das zu viel machen und bewegen können wir uns vor allen Dingen vielleicht auch so in dem Bereich, wenn wir mal gucken, das ist Ostdeutschland, das ist hier so Westdeutschland, so von der Aufteilung her müsste das sein, ne, müsste passen und ich würde gerne auch wirklich so ein bisschen, ich würde jetzt so ein fiktives Szenario machen, ich würde da jetzt nicht am Kalten Krieg ansetzen, so einfach, weil ich auch, ja, ich möchte einfach eine eigene Geschichte erzählen, ja, aber von den Waffen her und sowas, das ist halt ganz cool, weil das nicht zu modern ist. So, im Hintergrund läuft keine Musik, ihr hört keinen Sound, wenn ich drücke, weil ich meine Musik höre, liebe Kommi. Dieses Projekt soll vor allen Dingen dazu dienen, ich weiß nicht, ob es jede Woche kommt, das ist der Old Man-Deal-10-Modern als wöchentliches Projekt, aber es kommt, wenn es kommt, in der Beschreibung ist sowieso verlinkt, wann es jetzt losgeht, die zwei Minuten und so, das ist natürlich dann schon drin und ja, wir beginnen tatsächlich erst mal mit ein paar Notizen und zwar, jetzt zeige ich euch, wie ich normalerweise Missionen gestalte. Im ersten Punkt mache ich mir immer erst mal 1, 2 Marker, dass ich so einen Startpunkt habe, ich weiß jetzt hier, schreibe ich jetzt auch mal ganz kurz für mich, starte, damit ich das auch wieder finde, das heißt, ich möchte, dass dieser Spieler, den wir dann platzieren, dort startet, das ist das Ziel dahinter. Ähm, ich überlege, ich fände es ganz cool, wenn wir synchronisieren würden, das fände ich persönlich sehr cool, bin mir aber noch nicht ganz so sicher, ob wir das wirklich machen oder ob wir es einfach mit Radio-Chat machen. Ähm, müssen wir mal schauen, weil sonst wird es wieder zu viel Aufwand halt, aber es macht natürlich schon mehr her, wenn es hast, ne. Das heißt, damit ich das gleich mal habe, platziere ich jetzt hier auch mal ein ziviles Fahrzeug, weil ich eh das brauche, das sind die modernen Dinge. Ähm, wir können ja aber eigentlich, wir müssen ja jetzt eigentlich nicht die alten Fahrzeuge nehmen, könnten wir nehmen, müssen wir aber nicht, aber wir platzieren sie trotzdem mal ganz kurz, ja, weil ich die eigentlich ganz schön finde. Ich würde gerne hauptsächlich mit, ähm, GMS-Assets arbeiten. Ähm, das, ja, und mein Ziel ist es, dass wir beginnen mit einer Kampagne. Wir starten erst mal, indem der Soldat mit dem Privatzeug zur Basis gefahren wird. Das heißt, du startest als Zivilist dort quasi. Das heißt, wir setzen hier auch schon mal eine Einheit hin. Das machen wir direkt als Spieler. Und den können wir nämlich direkt schon mal Loadout-mäßig anpassen, indem wir ihn ein bisschen zivil gleiten tatsächlich. Das heißt, mit Umziehen alles drum und dran dahinter. Wir ziehen erst mal ganz kurz aus, so wie sich das gehört. Das macht man doch so, ne. Ist das nicht so. Und dann fahren wir quasi zu einer Basis, so das Ziel. Spiel und dort gibt's dann Befehle, Ausgabe. Das machen wir dann alles per Skript und so rein. Aber wir versuchen es relativ simpel trotzdem zu halten. Ich weiß, manche sind ubels die krassen Skripte. Und ihr wisst, das bin ich nicht. Ich möchte es jetzt doch schon ein bisschen militärisch halten. Ähm, und wir können jetzt hier eigentlich auch mal... Wie gesagt, wir spielen fiktiv. Wir müssen jetzt nicht alles in den alten Kleidung nehmen. Wir können auch ein bisschen modernes Zeug mit reinnehmen. Es ist ein fiktives Szenario, was wir hier nutzen. Und es ist so ein bisschen... Ja, sollte halt ein bisschen passen. Wir könnten allerdings schon mal so sagen... Okay, wir sortieren ja mal nach Mod. Das ist, glaub ich, einfacher. Dann seh ich nämlich die GM-Sachen auch dort einfacher. T-Shirt Green. Der T-Shirt-Sauer, den mag ich sehr. Ein blaues T-Shirt und Jeans, ganz normal. Und hier setzen wir auch einen Zivilisten rein. Und zwar brauchen wir dafür natürlich erstmal Zivilisten selbst. Und dafür nehmen wir mal Livonia, Malaria, Infact, Tanoa, African, All-European. Machen wir jetzt mal einen Zivilisten rein hier. Wie gesagt, mein Ziel ist es, mit so wenig Mods wie möglich zu arbeiten. Einfach so, um es einfacher dann zu veröffentlichen. West-Germany-Civilians. Gibt halt jetzt nicht so viele, ne? Eastern-Germany-Civilians. Gibt es da irgendwie? Man 80er? Ja, immer ein paar. Den können wir da reinsetzen. Den braucht man nämlich. Der soll uns ja wohin fahren. Das bedeutet, wir sitzen auf den Rückfahrersitz und werden uns auch erstmal Dis-Set-Captive-True setzen. Und als Spieler nennen wir uns Player. Obwohl das ist schwieriger. Ähm, Spielereinheit. Ich nenne es einfach Spieler. Das ist ganz gut. Brauchen wir nicht so krass kompliziert machen. Das heißt, wenn wir den in den Skripten ansprechen, müssen wir uns immer Spieler merken. Das ist das Wichtigste. So, wir haben den Zivilist. Der soll uns erstmal wohin fahren. Das heißt, wir haben hier den Startpunkt. Den müssen wir dann löschen, wenn wir hier unten soweit fertig sind. Und jetzt schauen wir mal ganz kurz hier, wo es hier zu einer Militärbasis geht. Ich muss sagen, es ist schon ein bisschen länger her, als ich hier auf der Map gemacht habe. Für mich ist das auch mal wieder was Neues. Ich hoffe halt, es klappt mit den Brücken und sowas. Da habe ich immer ein bisschen bei den Zivilisten Angst tatsächlich. Wenn wir jetzt sagen, wir müssen uns wohin fahren, wenn ich muss mal improvisieren. Warte mal. Ist hier links irgendwo was? Nee, das sieht nicht danach aus. Das ist hier. Nee, ist eine Stadt tatsächlich. Ich höre gerade übrigens Linkin Park. Oh, ich liebe Linkin Park, ne? Rest in Peace, Chester. Ähm. Marienthal? Ja, nee. Also manche Leute werden jetzt sagen, Alter, weißt du nicht, wo die ganzen Bases sind? Nein, weiß ich echt nicht. Da bin ich raus. Ich spiele aber auch noch nicht einmal lange. Lasst mich. So, meine Idee war halt, wie gesagt, wir können reinschreiben, wenn ihr sagt, ihr findet das kacke. Aber ich glaube einfach, wir machen eine reine Singleplayer-Mission. Und die veröffentlichen wir dann auch im Workshop. Und wenn das ein, zwei Leute spielen. Die Wahrscheinlichkeit ist größer, als wenn wir 40 Gigabyte Mods haben. Müssen wir einfach ehrlich sein. Aber wo ist denn hier die Mauer? Die geht hier lang, ne? Ja. Hier ist der Grenzzaun. Das heißt, wir haben hier die. Hier müsste doch irgendwo auch eine Militärbasis sein, oder? Im Norden, oder was? Wahrscheinlich, ja. Hier haben wir die Sachen. Hier nicht. Nee. Hier ist eine Grenzstadt, das Saalsdorf. Nee. Hm. Hier ist aber auch keine Militärbasis, oder? Oder das sieht dann aus. Guck mal hier. Ich glaube, das können wir verwenden. Also, nee, eigentlich nicht. Nee, gefällt mir nicht. Vergesst es doch nicht. Ansonsten müssen wir eine bauen, Leute, ne? Ist die Frage, bauen wir eine Militärbasis, die wir immer wieder verwenden? Ginge natürlich, ne? Mein Gehlysses haben wir ja eigentlich. Auch mit Vanilla, um sowas zu bauen. Großstein rum, da war nix. Haben wir schon geguckt. Ja, dann bauen wir eine, Leute. Dann ist aber blöd mit Einparken und sowas, ne? Da kommt die KI oftmals nicht nach. Hm. Die Frage ist denn, was tun wir? Ah, hier, nee. Beim Rodrigendorf. Hier haben wir das. Saalsdorf. Da waren wir eben schon. Aber ich möchte nicht jetzt bis in den Norden fahren. Das heißt, wie lange du da fährst, Alter. Hier sieht eine Militärbasis auf, oder? Wo ist hier? Naja, gut, nee. Vergiss es. Ich gehe mal runter nach Kartenstruktur. Hier, das sieht aber nach aus. Hm. Ja, Militärbasis würde ich das jetzt nicht nennen, ne? Ich habe gar nicht so viele Militärbasen hier, ne? Oh, warte. Dann bauen wir das hier einfach um, habe ich entschieden, ne? Das ist, glaube ich, gar nicht verkehrt. Das Mariental, das können wir, glaube ich, ganz gut machen. Da fahren wir hier auch durch, wenn es klappt alles. Das heißt, hier müssen wir erstmal den nächsten Marker machen. Einfach nur, dass wir das Ziel haben. Und dafür machen wir... Ist egal, tatsächlich. Da können wir auch einen Empty-Marker nehmen. Das ist Washed für uns. Ähm. Das können wir Ziel nennen. Einfach für mich als Notizen, ne? Das sieht man dann auch nicht, wenn ich den da so vergesse zu löschen, ist das kein Ding. Jetzt müssen wir Folgendes machen. Jetzt müssen wir den Zivilisten natürlich erstmal da hinfahren lassen. Und da fängt es ja schon oft an, ne? Wir wissen alle, wie armer ist. Wir müssten meiner Berechnung nach hier die Hauptstraße langfahren. Dann müssen wir hier rechts lang... Oh, dann müssen wir runterfahren, Alter. Das heißt, wir müssen ja eigentlich hier... Das schafft die KI doch nie, oder? Wir könnten hier langfahren. Warte mal, da kann man hier lang? Nee, dann musst du da oben fahren, ne? Das schafft doch die KI nie, oder? Ja, wir können hier langfahren. Da ist aber auch eine Brücke, ne? Oh, come on. Warum sind die überall Brücken, Leute? Okay. Okay, ähm, rechts rum geht's nicht so gut. Was ist denn hier? Ist hier eine Base oder nur einfach nix? Ist hier eine versteckte Base oder war es ohne Marker? Nee. Dachte ich schon. Okay, das heißt, wir müssen jetzt hier nach unten fahren eigentlich. Schafft der das? Ich will mal gucken, ob er da hinkommt. Müssen wir auf jeden Fall in der normalen Geschwindigkeit machen. Safe. Normal. Nicht Limited, sondern einfach normal. Gucken wir mal, ob das klappt, ob er bis dahin kommt. Wenn er bis dahin kommt, können wir schon mal den nächsten Wegpunkt machen. Das ist schon mal ein Punkt. Wir müssen ja so fahren, dass das Spiel es rafft. Ich meine, eigentlich ist ein DLC-Map. Ich hoffe einfach, dass das gut programmiert ist, ne? Ein Vorteil ist, wenn wir ohne Mods arbeiten, ist natürlich performance-mäßig besser. Alter, schafft der das? Alter, schafft der das, Leute? Naja, gut, okay, der nimmt da einen mit, ne? Aber, er nimmt das Ding ein bisschen mit. Das ist ein bisschen blöd. Okay. Aber er kommt bis hin. Das ist schon mal gut. Ziel ist es erstmal, dass wir bis zur Base kommen. Vorher wir die Base anfangen zu gestalten, ne? Das ist wichtig. Wir fangen diesmal an, nämlich schon direkt richtig mit den kleinen Sachen anzubauen. Aber ich glaube hier, sag ich euch ganz ehrlich, würde ich sagen, ja. Bis hierhin dann Limited. Das heißt, dann muss er auf Limited gehen. Das heißt, ein bisschen langsamer gehen. Vielleicht kommt er dann auch besser um die Kurve. Und dann müsste er ja eigentlich streng genommen bis hierhin fahren. Und bis hierhin. Das, was er schaffen muss. Jetzt müssen wir aber natürlich hier, Leute. Das ist ganz wichtig. Wenn er hier ist, müssten wir ihn natürlich wieder auf Normal stellen, ne? Das ist wichtig. Wichtig ist Save Combat. Also, das passt. Jetzt müssen wir denen natürlich auch noch eine Sicherheit geben, Leute. Dafür gehen wir in den Zivilisten rein und geben mal hier eine in die Zeile. Dis Disable AI Autocombat. Also, ich möchte, dass der gar nicht in den Combat-Modus geht. Einfach, um was zu verhindern. Manchmal spinnt die KI. Sollte eh nicht passieren. Weil Ziel ist ja am Anfang, dass das mal ruhig ist, ne? Mal gucken, ob das klappt, tatsächlich. Meine Idee ist, glaube ich, dass wir mit weniger Mods arbeiten. Ich glaube, ich sage euch ganz ehrlich, Leute. Das ist viel besser. Ja, bisher sieht es gut aus. Das Lustige ist, ich höre gerade, dass der Sound eigentlich auf... Den hört er wahrscheinlich trotzdem ein bisschen, weil der durch mein Mikrofon aufgenommen wird. Jetzt hat er keinen Unfall gemacht. Das ist gut. Weil ich merke einfach, dass dieser Sound hier über meinen Lautsprecher noch läuft. Ich dachte mir, wieso klingt das so komisch, Mann? Jetzt sieht es besser aus. Okay, jetzt haben wir hier das. Also, wie gesagt, ihr habt keinen Sound. Wenn euch das stört, dann kann ich auch ohne Musik machen. Aber ich habe halt ohne Musik... Macht euch halt einfach selbst noch ein bisschen leise Musik im Hintergrund an. Das ist, glaube ich, ganz angenehm. Aber bis jetzt sieht gut aus. Wir fahren. Jetzt kommt die Brücke gleich, ne? Jetzt werden wir gleich sehen, ob es passt. 89, das ist schon ein Stückchen, ne? Wann hat es sich gestartet? Drei Minuten? Müssen wir mal gucken. Das ist halt am Anfang schon ein bisschen. Da müssen wir halt ein bisschen, vielleicht sind wir außen auch so ein paar Polizeikontrollen machen, die wir rauslöchnen, dass es auch was zu gucken gibt. Was passiert, finde ich halt schon ganz angenehm. Wir haben natürlich ein kleineres Zielpublikum, weil wir auf Deutsch das machen. Das würde ich auch beibehalten. Ich würde keine englische Mission machen. Ich würde es auf Deutsch machen. Ist natürlich ein bisschen kleineres Publikum, aber mein Gott, das ist halt so. Okay, er kommt aber auch hier gut zurecht, ne? Unter der Brücke kommt er auch gut zurecht? Großes Lob an die Entwickler. Ja, aber jetzt kommen sie hier. Jetzt bin ich mal gespannt, ob der auch in den Stützpunkt reinfahren kann. Boah, das sind aber 10 Minuten schon, ne? Das ist schon lange. Schaut mal, wie die Zeit oben geht. Ich habe ja zweifache Geschwindigkeit, ne? Ich glaube, 9 Uhr, sogar 20 Minuten. Das ist schon lange, ne? Kannst du dich nicht 20 Minuten fahren lassen. Das geht schon, aber da rastest du dir aus. Vielleicht lässt man uns da noch mal was Besseres einfallen. Wir könnten übers Feld fahren lassen. Ich schaue mal, was stammelmäßig ist, ob es 10 Minuten sind. 10 Minuten ist schon lange. Wenn du Musik einblendest, geht es immer noch so, ob du Gespräche machst. Dann musst du aber eigentlich synchronisieren, weil sonst wird es zu eintönig, ne? Und du musst definitiv links und rechts Stellen machen, die dich ein bisschen beschäftigen, weil sonst habe ich das Gefühl, dass das nicht so ganz gut klappen sollte, wie es vielleicht ist. So, dann können wir hier... Wir haben auf der anderen Seite... Müssen wir eigentlich nicht am Ende der Karte starten, ne? Das können wir auch so machen. Aber das klappt ganz gut. Ja, wunderbar, klappt. Das klappt schon mal ganz gut. Das können wir so verwenden tatsächlich. Ist ganz nice. Das klappt also. Das heißt, wir haben... Welchen Startzeit haben wir hier? 9 Uhr, pass auf. 9.15 Uhr. Obwohl, nee, dann geht es eigentlich. Dann ist es 10 Minuten ungefähr. Ja, dann lassen wir das erst mal. Ich würde sagen, dann lassen wir das erst mal, weil wir können ja hier auch an den Sachen noch ein bisschen was gestalten, eine Kontrolle machen. Würde ich aber tatsächlich nicht direkt am Anfang machen, sondern ich würde das mal hier anfangen. Wir haben hier unsere Basis. Das heißt, hier sind die Häuser. Können wir noch so ein bisschen als Zaun verwenden. Aber hier würde ich sagen, sind die Baracken. Das heißt, wir könnten hier eigentlich ganz nice... Oh, guck mal, das ist eigentlich sehr schön. Eigentlich finde ich die Karte echt schön. Das muss man mal sagen. Also, es gibt zwar noch schönere Karten, aber sie ist echt schon schön. So, jetzt ist die Frage. Wenn wir es realistisch machen, müssten wir es komplett abgrenzen. Das dürfte ja nicht so öffentlich sein und so weiter und so fort. Aber jetzt ist die Frage, machen wir das so ultra real? Doch, wir können das hier machen. Wir können das hier mit dem Checkpoint machen, tatsächlich. Und hier haben wir ja tatsächlich Military Struktur. Wo ist denn Strukturen? In... Military, Humanitary... Nee, das suche ich nicht. Strukture, Livonia, Welfling, Housing, Science, Walls... Ah, hier können wir auch die Wände machen, tatsächlich. Das ist aber cool. Ah, guck mal, du kannst sogar diese Wände platzieren. Das ist nice. Das ist gut. Dann können wir das nämlich tatsächlich sogar ein bisschen abgrenzen. Würde ich auch sagen, machen wir tatsächlich... Ja, weil wir das nicht abgrenzen, ein bisschen blöd. Aber wie so ein Checkpoint da rein, den du zwar passieren kannst, dass du da durchfahren kannst, aber mit doppelten Sichtpunkt. Das heißt, jetzt ist die Frage, und das ist super wichtig, ähm... Wie kommt die KI mit dieser Schranke klar, ne? Wenn wir da eine Schranke hinmachen, wie kommt die KI klar? Oder wir stellen einfach ein Fahrzeug hin und gar keine Schranke, ne? Und die Schranke ist das dann da drin, quasi. Das ist die Frage, die wir uns stellen müssen, meine Freunde. Das gibt einfach Dinge, die sind wichtig. Und da kann man nämlich jetzt hier sagen, ich glaube, das ist ganz cool. Ist ja auch so ein Exor. Ah, nee, müssen wir so machen. Aber das reicht ja eigentlich, ganz ehrlich, ich bin die Erechzeug, das reicht. Weil die KI sollte ja eigentlich nicht dagegen fahren. Ich wiederhole, es sollte. Ist immer so eine Sache, ne? Aber hier würde ich schon abtrennen. Ich würde das tatsächlich bis hier hinten durchziehen und dann würde ich hier so Schranken hinmachen. Dann kann man hier immer noch ein paar Fahrzeuge hinstellen. Das muss ja kein riesiger Stützpunkt sein, Leute. Das muss es ja nicht. Weißt du, wie ich meine? Da müssen wir zwar aber hier in Nahrungsichtschutz machen, weil sonst ergibt es ja wenig Sinn, ne? Also es geht schon, aber ist natürlich relativ sinnfrei, wenn hier hinten kein Sichtschutz ist. Da muss man einfach dazu sagen, haben wir das hier zwar den Zaun, ja, okay, den könnten wir lassen. Oder wir blenden einfach aus, indem wir es so machen. Trick 17. Da stellen wir einfach noch was davor. Ah, nee, da backt es rein. Das ist halt auch kacke. Dann ist halt auch kacke. Das heißt, wir müssten den eigentlich ausblenden, ne? Boah, aber eigentlich will ich den nicht ausblenden. Aber warte, wir machen es sogar so. Noch eins weiter. Und dann können wir nämlich das so machen. Dann kommen wir nämlich auch, glaube ich, an dem Haus vorbei, ja. Ich glaube, das ist besser. Ja, ist, glaube ich, die bessere Lösung. Aber ich sehe, das ist ein bisschen schräg, ne? Merkt er selbst. Und auch gerade gedacht, Mensch, das ist aber schon sehr schräg hier, ne? Hab mir auch gerade gedacht. Sag ich mir so, Alter, was hab ich denn hier jetzt gemacht, Bruder? Ja, muss ich aber mal ganz dringend los, du. Boah, ich hoffe wirklich. Also, ich verlasse mich auf Arma 4. Ich habe richtig Bock auf Mapping. Also, so richtig, richtig Mapping. Für Tag X vor allen Dingen. Da habe ich schon Lust drauf, tatsächlich. Da habe ich schon richtig Bock drauf. So, aber das nehme ich so. Wenn kommt das Let's Create? Wahrscheinlich samstags, wenn es kommt. Oder kommt vielleicht auch mal ein anderes Arma-Video und sowas. Wie gesagt, ich weiß, nicht jeder mag den Editor, aber nicht jeder mag auch Old Man. Also, ich versuche für jeden so ein bisschen was reinzubringen, dass es für jeden Content gibt, auch für Project Zomboid und sowas, was mir übrigens viel Spaß macht. Und dann habe ich auch immer Bock, meistens noch was für Arma aufzunehmen. Meistens, nicht immer. Jedes Mal. Meine, ich warte ja schon sehnsüchtig auf Arma 4, aber ich glaube, Leute, wir müssen noch ein bisschen warten. Ich glaube, wir müssen noch ein bisschen warten. Leider. Jetzt können wir hier ein bisschen Copy-Basten, tatsächlich. Da sehe ich mich ja ein bisschen. Genau. Was ich mich aber nicht sehe, dass ich hier schräg gebaut habe. 317. Da können wir dann Fahrzeuge reinparken oder sowas. Easy. Gucken wir mal, als ob ich es geplant hätte. Gucken wir mal, ob es funktioniert, so wie ich will. Perfekt ist es nicht, aber perfekt werden wir es eh nicht hinkriegen. Aber ansatzweise. Und das Gute ist, wir können halt jetzt auch hier nur diese Strukturdinger von denen nehmen, von Welfing, weil, Welfling, wie war das eigentlich geschrieben? Wferlingen. Ich sag's die ganze Zeit falsch, Leute. Ich seh schon, wie die ersten Leute getippt haben. Alter, bist du blöd. Das ist korrekt. Das habt ihr schon richtig gesehen. Ja, da machen wir eine schöne Singleplayer-Mission und ob ihr das irgendwie dann selbst für euch, ich kann ja dann auch so in die, ähm, na sag schon, in die Beschreibung von, ähm, dem Workshop kann ich ja dann auch die SKM-Datei reinpacken oder den Ordner als Tipp. Da kann man sich das immer noch ein bisschen anpassen, wenn man das möchte. Quasi selbst modifizieren, wenn man da noch zwei, drei Spielereien drin haben möchte. Ist immer ganz gut. Ich bin ein Freund davon tatsächlich. Ich mag das eigentlich. Aber jetzt glaube ich tatsächlich, sag ich euch, so wie es ist, müssen wir so machen. Haben wir Heid? Ist das, gibt's das? Habe ich das drin? Oder ist das eine, ach, Gott sei Dank. Das können wir zumindest zumachen. Dann können wir den nochmal verwenden. Dann machen wir das nämlich so. Sieht ganz schön, aber ist okay. Ah, sieht eigentlich scheiße aus. Sieht eigentlich kacke aus. Da muss ich mir das einfallen lassen. Warte mal, können wir das nicht ein bisschen tricksen? Einfach sagen, okay. So. So. Nur ein bisschen verlangen, das ist nicht ganz so klipp. Wir machen eh die Simulation deaktivieren. Wir sehen mal das durch die Wände. Oh ja, man sieht sie. Wir müssen sie auf jeden Fall noch ein Stück nach links ziehen. So, das passt. Das sieht zwar jetzt nicht ganz so schön aus, aber das sieht doch keiner, ne? Also, wenn jetzt jemand von euch habt ihr das ganz genau gesehen, dann fickt euch. Niemand mag Streber. Absolut niemand, Leute. So, da haben wir eine Mauer gebaut. Das kann ich. Komm aus dem Osten. Mauer bauen, das ist genau mein Ding. Da sehe ich mich auch so ein bisschen, ne? Wenn ich eine Map mache, sind da viele Mauer drauf. Und dann kann ich das Terrain auch so anpassen, wie ich möchte, dass die Mauer perfekt drauf sitzen. Jetzt ist immer so ein bisschen improvisieren. Ich weiß, es gibt eine Mod dafür, aber die ist performance-mäßig eher semi-geil. So, hier haben wir das. Das heißt, wir müssen jetzt hier die nächsten machen. Das heißt, wir machen hier mal, guck mal, wir haben hier ein paar Sachen kopiert. Können wir mal machen. Wird auch nicht sabotiert. Das heißt, wir machen das so. Müsste von der Höhe her ungefähr passen. Dann passt das, ja. Geil, Leute. Ich finde, das haben wir sehr gut gemacht. Die Mauer ziehen wir jetzt noch zu Ende. Zumindest hier vorne. Mein Ehrgeiz packt mich gerade. Oh, wir sehen aber ein Problem. Genau, habt ihr gesehen? Habt ihr richtig gesehen? Wir bauen uns immer weiter auf die Straße. Also, wir müssen jetzt hier doch eine kleine Drehung machen, sonst haben wir gleich ein Problem. ein bisschen gerade machen. Ich könnte mir eigentlich Snapping für Eden holen noch, ne? Das wäre eine Idee eigentlich. Ich glaube, es wird noch einiges vereinfachen. Das wäre eigentlich echt noch eine Sache, die ich machen könnte. Das wäre echt noch eine Idee, die wir reinmachen könnten. Ich weiß gar nicht, ob der sich in die Missionsdatei reinschlägt. Ich glaube nicht, ne? Du hast in die Arme News gepackt. Das musst du doch wissen. Ja, ich müsste vieles wissen, was ich nicht weiß. Glaubt mir, Leute. Wirklich. Ich müsste wirklich so viel wissen. So, ein bisschen schräg hier. So minimal nach links. Dann kann man das hier mal so machen. Diese zweite Mauer ist das Problem, sage ich euch. Die zweite Mauer. Immer noch nicht ganz perfekt. Die Sätze haben wir so ein bisschen. Wichtig ist, dass das Fahrzeug dann noch fahren kann. Mal schauen, dass das dann noch durchfahren kann. Okay, dann würde ich sagen, hier wieder ein Stück nach links gehen, so ein bisschen eindrehen. Ich weiß, die Perfektionisten von euch werden jetzt weinen. Ja, das, 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 aber die Perfektionisten von euch schauen auch nicht von mir meinen Let's Great, ne? Also, das guckt ihr ja keiner an. Oder Let's Create, je nachdem, wie man es nennen möchte, ne? Es gibt ja, es gibt ja Gerüchte, dass das eine und das andere auch richtig ist, ne? Jetzt brauchen wir erstmal Kasten wieder, ne? Grüße gehen raus an Yoko, an dieser Stelle. So. Einen da. Das ist ja mein Problem. Ich sehe es. Oh, come on. Das ist doch scheiße. Wieso ist das auch so lang, Mann? Ich habe nicht gedacht. That was she said übrigens. Warum ist das so lang? Entschuldigung. Oh, manchmal kommt das Kind in mir hoch, ne? Manchmal kommt das Kind ja doch noch in mir hoch. lasst mich das, lasst mir diese Sache wenigstens. Wenn ich schon sonst nichts habe, dann aber wenigstens das. Ja, aber passt auch ganz gut, würde ich sagen, oder? Zack. Zack herab. Rinder. Hier machen wir das noch so. Als ob das Ding für uns gemacht wurde, ne? Guckt euch das mal an, wie schön das ist. Warum ist das, hä? Was macht das? Warum bin ich bei dieser einen Mauer, nur bei dieser einen Mauer, die dynamische Simulation deaktiviert? Weiß das jemand? Ich weiß es nicht. Aber das machen wir dann gleich mit Einschlag. Wenn wir durch sind, würde ich sagen, ne? So, hier. Da kann man tatsächlich ein bisschen schräg eindrehen mal. Schief ist englisch und englisch ist modern. Also, wenn wir streng genommen haben, müssten wir schon gucken, dass diese Stacheldräder aneinander sind, aber wir müssen ja jetzt auch nicht, ne? Also, wir müssen ja jetzt auch nicht kleinlicher sein als der Papst, ne? Muss man mal sagen. Bis es ist, dass man da nicht einfach draufgehen kann. Oh, falsch. So. Wir die Sachen langsam eindrehen. Zack. Zack. Zerab, Leute. Ähm. Ich will das drehen. Macht das bitte ordentlich. Da würde ich sagen, hier ist, glaube ich, am wenigsten, wo es stört. Von außen, wo das von außen muss liegen. Ja, ich glaube, hier ist es so schön. Schön ist es bei beiden nicht, aber wir könnten hier noch ein bisschen drehen. Das wird schwierig, ne? Doch, das könnten wir machen tatsächlich. Warte, wir machen es mal anders. Und zwar so schräg schon ein bisschen. Dann passt das, Alter. Das bugt nur ein bisschen rein, das passt. Jetzt können wir nicht hier sein Concrete Wall. Oh, jetzt machen wir folgendes. Zack. Attribute. Und überall die Simulation deaktivieren. Das ist wichtig. Der Performance zur Liebe. Und hier könnten wir jetzt tatsächlich sagen, Bargate. Und da können wir sagen, können wir auch dann Einheiten davor stellen und sowas, dass der Spieler davor abgesetzt wird, quasi, dass der gar nicht da mit rein darf und so. Der Taxifahrer oder wie der Zivilfahrer da auch immer hingefahren wird, ne? Tatsächlich. So könnten wir das halt tatsächlich machen, tatsächlich, glaube ich, würde ich behaupten. Und dann könnten wir hier nämlich dann den Fahrer hinfahren lassen. Jetzt muss ich natürlich das aber folgendermaßen machen. Jetzt fährt der Fahrer ja bis wohin dahin, ne? Dann würde ich sagen, auch von hier zum ersten Eingang. Ist hier ein Radweg. Das ist ein Radweg sogar. Guck mal. Und dann können wir hier nämlich nochmal einen weiteren Punkt hin machen und den nennen wir Move. Den lassen wir dann dorthin fahren. Dann machen wir hier Limited. Save. Und hier machen wir Transport Unload. Und dann müssten wir eigentlich automatisch aussteigen. Müssen. Vehicle Get Out. Oh, wir probieren das mal. Das müsste sogar besser sein. Aber ich glaube, das steigt eher nämlich aus, ne? Warte mal. Transport Unload ist, glaube ich, richtiger, ne? Unload? Transport Unload? Ein Tooltip wäre nice. Danke, Brühe mir. So. Probieren wir mal, ob das funktioniert. Das machen wir jetzt kurz einen Test noch rein. Würde ich schon gerne testen. Jetzt müssen wir natürlich immer die Reise fahren. Ist ein bisschen nervig. Aber wenn wir wissen, das funktioniert, können wir die Einheiten immer noch woanders platzieren. Das ist ja kein Ding. Ich würde gerne nur noch schauen, ob die Reise jetzt wirklich passt dorthin. Er fährt schon ein bisschen rücksichtslos, ne? Und ich glaube auch nicht richtig. Eigentlich müsste er andersrum fahren, ne? Aber lassen wir jetzt einfach mal so, ne? Ist eine Autobahn. Eigentlich total unlogisch, dass er da links fährt. Aber ich möchte Arme jetzt auch nicht überfordern, ne? Muss man dazu sagen. Ja, der fährt halt ein bisschen, ne? Risikoreich. Bisher hat er noch keinen Unfall gemacht. 9.15 Uhr haben wir gemacht. Mal gucken. 10 Minuten müssen es ungefähr sein, ne? Also wir haben jetzt auf die Uhr oben. 9.15 Uhr ist gestartet. Und jetzt müssen wir da hinfahren. Dann müsste es eigentlich passen. Wenn es so funktioniert, wie es funktionieren sollte. Wir werden es gleich sehen. Und hier werden wir natürlich dann noch eine Unterhaltung einblenden. Ein bisschen Musik. So ein bisschen Einblendung. So Musik dramatisch und so. Das machen wir natürlich dann auch noch rein. Aber das sind ja dann die Feinschliffe quasi im Scripting dann. Ne, das ist am Ende. Ich glaube, am Anfang passt das ganz gut, indem wir das mal so machen. Dann müssen wir auch ein paar Straßensperren, so ein paar Sehenssachen machen. Die werden wir dann aber wieder rauslöschen natürlich auch. Das heißt, dass das dann... Ich glaube tatsächlich, mir ist es wichtig, dass wir jetzt diese Mission mal endlich zu Ende bringen wieder. Und ich glaube, es ist realistisch als ein Sandbox-Szenario. Sind wir ganz ehrlich. Und deswegen gibt es ein Szenario, die könnt ihr dann auch gerne spielen. Die könnt ihr selbst mal ausprobieren. Und so weiter und so fort. Ich würde den Download-List ja erstmal anlistet machen, wenn ihr dann noch ein, zwei Fehler findet. Vielleicht könnt ihr dann wirklich testweise spielen, die wir dann noch zusammen fixen. Im Stream zum Beispiel wäre eine Möglichkeit. Übrigens streamen wir jetzt auf Twitch wieder. Da wird dann die zukünftigen Streams geben. Die kann ich dann aber hier auch veröffentlichen. Und sagen wir mal ganz ehrlich, so lässt es sich viel schneller testen als mit 40 Gigabyte Mutz. Und wir bauen ohne Ace. Ich habe euch gehört. Ist jetzt nicht meins, muss ich gestehen. Weiß nicht, was falsch spielt euch. Seht ihr kein Ace mögt, aber ist okay. Ich akzeptiere es. Aber für Singleplayer ist es angenehmer. Da geht es fast 8-Kid besser. Heißt aber nichtsdestotrotz, auch wenn wir jetzt kein Singleplayer-Szenario mehr haben, heißt das nicht, dass wir nicht trotzdem machte das so, wie ich will. Okay, Transport-Unload klappt jetzt nicht so geil. Wie es sollte. Schade. Heißt jetzt aber natürlich nicht, muss man dazu sagen, dass man nicht trotzdem vielleicht so innerhalb des Gebietes trotzdem mal was finden kann oder sowas. Ja, ich glaube schon. Wir gucken mal, wie wir das gestalten. Ihr ne, coole Ideen habt auf jeden Fall. Wie gesagt, da wir eine Kampagne machen, machen wir jetzt mal mehrere Missionsabschnitte. Damit können wir aber performance-mäßig auch nochmal anders arbeiten. Ja, aber das klappt nicht, ne? Weagel Get Out wäre, glaube ich, sinnvoller, ne? Aber die Frage ist denn, Weagel Get Out, wenn das jetzt klappt, ne? Die erste Folge geht jetzt einfach länger, müsste jetzt durch. Wenn ich dann sage, okay, fahr weiter, klappt das? Ja, klappt das jetzt, ist die Frage, ne? Das ist halt der Nachteil, wenn du es dann immer rumprobieren musst. Sollen wir mal kurz unsere Route erfahren. Ansonsten muss ich das mal nochmal so im Offscreen probieren, bis ich das gelöst habe. Muss ich ja jetzt nicht jede Folge machen. Aber einen Test machen wir noch, vielleicht klappt es, vielleicht klappt es nicht. Ansonsten muss ich einfach sagen, okay, ich könnte es per Trigger und per Skriptbefehl sagen, was ja rausgeht. Aber cooler ist natürlich und einfacher ist natürlich, wenn es über Wegpunkte läuft. Ganz viel simpler. Also wenn ihr da coole Ideen habt, auf jeden Fall gerne reinschreiben in die Kommentare. Ich glaube einfach, dass das jetzt eine coolere Möglichkeit ist. und ich habe wie gesagt lange Gedanken gemacht, ich habe überlegt, okay, macht das Let's Create überhaupt so Sinn und habe gemerkt, ja, eigentlich nicht, weil dieses Preset ist halt für Tag X ausgelegt. Das muss man einfach dazu sagen, dieses Preset ist für Tag X ausgelegt und deswegen ist es für mich wichtig gewesen, da auch eine klare Trennung zu haben, dass ich da nicht zu viel von Tag X mit noch mitnehme, sondern einfach hier zwei verschiedene Szenarien bauen, zum einen Tag X, das natürlich weitergeht. Übrigens Abend, oh, oh, Adi hat es mir geschrieben, ich glaube 11.6. oder so, der Sonntag, das zweite Juni-Wochenende, schaut auf jeden Fall rein, Tag X geht weiter, ne? Geht es los, kommt Kapitel 3, 4, 3. Offenbarung ist das der Name, ihr könnt also gespannt sein, was passiert. Da wollte ich jetzt nächste Woche die letzten Feinschliffe machen, eine Freundin nochmal nötigen, dass sie mir endlich mal die Audios schickt, die vergisst nämlich die liebe Becks, die ständig mir die Audios zu schicken. Das mache ich, glaube ich, gleich nach der Folge, weil nach der Folge muss ich eh eine Pause machen, damit ihr die bekommt. Ich weiß aber, wie gesagt, nicht ob nächste Woche, dann gleich direkt eins kommt. Ich versuche es, Leute. Aber ihr wisst, am Ende mache ich das als Hobby. Ich versuche es euch recht zu machen, aber am Ende ist es ein Hobbyprojekt. Ich bitte seht es mir natürlich nach. Auch wenn mal eine Woche kein Video kommt. Im Urlaub konnte ich das gut überbrücken, der Oldman-DLC und so. Das hier, es gibt schon immer Arma. Und ich weiß, ihr wünscht euch am besten jede Woche News, aber es gibt einfach nicht genügend Neuigkeiten, die man bringen könnte. Ich könnte jeden kleinen Scheiß machen, aber dann weiß ich nicht, ist jetzt nicht so meins. Arma ist halt schon ein paar Jahre alt und klar, es kommen immer wieder jeden Tag neue Mods raus und rein und so weiter und so fort, klar. Aber es ist halt trotzdem schon alt. So muss man überlegen. Große Sprünge gibt es nicht. Auch wenn Reforge ein großes Update gekommen hat mit meinen, also mit Minen, das wollte ich mir jetzt mal angucken. Es kam natürlich immer in Urlaub, wie das immer so ist. Jetzt gucken wir mal, ob das klappt, so wie es sollte. Ich habe ein bisschen Angst, dass der Fahrer jetzt auch raussteigt, nämlich wenn ich das so mache. Wir gucken mal. Wir sollen mich da rauslassen und dann kriegen wir quasi den Task. Das Gute ist, dadurch, dass wir Singleplayer arbeiten, können wir auch rein mit Modulen arbeiten. Da muss ich mir keine Sorgen machen. Freunde, dass das nicht funktioniert. Ich muss mir jetzt nochmal Gedanken machen. Ich schaue mir jetzt nochmal an, was man, das mache ich mal offscreen oder sowas. Da probiere ich nochmal kurz bei den Dingen rum. Müssen wir jetzt nicht noch drei Schleife machen. Aber liebe Community, wir sind am Ende dieser Folge ankommen tatsächlich. Und ja, ich hoffe, es hat euch gefallen und wir sehen uns zur nächsten Folge wieder. Bis dahin, Leute. Das übliche, denkt dran, ihr seht die Besten, keine anderen. Euer Martin. Macht es gut. Bis bald. Ciao.